Oh ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Story Mode. Ja, ich weiß, ich habe den Start von Episode 6 etwas verpasst. Das lag jetzt aber nicht daran, weil ich es nicht gesehen habe, sondern ihr wisst ja alle, ich habe mir einen neuen PC zusammengebastelt und dummerweise, ja, erahnt ihr es, habe ich den Speicher nicht aufgehoben. Heißt, nachdem ich also formatiert habe und so weiter, habe ich vergessen, leider aus dem App-Starter-Ordner die Speicherdaten mitzunehmen und habe sie natürlich auch nicht in der Cloud gespeichert. Und dann, naja, war alles ein wenig weg. Und ja, ich habe die ganzen fünf Episoden nochmal neu gespielt und auch so ziemlich dieselben Entscheidungen getroffen, bis auf ein oder zwei kleine Unterschiede. Aber ansonsten befinden wir uns jetzt so ziemlich wieder in derselben Situation wie vorher. Nur, dass es jetzt weitergeht. Und zwar mit Ein Portal ins Mysterium. Start Episode 6. Boah, ich freue mich so da drauf. Ich habe jetzt die ganze Woche irgendwie mal versucht zu sehen nebenbei, wo es Zeit war, das Spiel ein bisschen weiterzuspielen, damit ich die Episoden durchbekomme. Weil man kann die Episoden nicht starten, wenn man die anderen Teile nicht gespielt hat, beziehungsweise sobald du Episode 1 gespielt hast, ja, kannst du starten wohl. Aber, ähm, dann wäre die Entscheidung random gewesen und dann hätte es gehießen, letzten Endes vielleicht wäre Elegard nicht gestorben, sondern Magnus und, 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 und. Ähm, und das wollte ich nicht. Ich wollte wieder unseren Spielstand herstellen und das habe ich getan. Und nun geht's weiter mit Episode 6. Lange Rede, kurzer Sinn, hier geht's los. Ja, ich freue mich, ich freue mich. Das Glow, das Enchantment ist der Arbeit von ein sehr altes Grupp von Buildern, ein Grupp so alt, dass sie sogar vor der Order der Stone waren. Und da wären wir nun in einer Halle mit ganz vielen Portalen. Aber wo geht's los? Was passiert denn jetzt? Oh, wie süß. Schledermäuse. Oh, zwei Munde. Oh, oh. Oh, oh. Daran habe ich wirklich nicht gedacht. Oh, man, I hadn't thought about that. If they followed us, they could be in trouble. Hey, maybe next time we're in the Portal Hall, we can leave a sign or something. Tell them which one we're going through. I like that idea. Well, I for one vote that we not be so hasty to try and get out of here. Who knows what sorts of treasures this new world could hold. Besides, unless the next Portal is disguised as a tombstone, I'm not seeing it anywhere near here. You guys see some sort of shape over there? Ja, was ist das? Let's find out. Abenteuerlust. Ein Buch. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zum Minecraft Story Mode. Wir zocken uns endlich weiter. Und wir haben noch die Krone bei uns, habe ich gerade gesehen. Ist das wirklich ein Buch? Ein Buch. Untersuchen wir es. Oh, scheiße. Hallo, ich habe A gedrückt, oder? Äh. Fang. Oh, das ist ein Buch. Oh, da sind verdammt viele Zombies. Zombie Nation. You think this host is going to be legit, Jesse? I just ask because this place hasn't exactly been friendly so far. Well, I hope so. I wouldn't mind getting out of the zombies for a bit. I'm going to go out on a limb and say, that's the place we're looking for. Race you guys there. Oh, yeah. I don't race so much anymore. Bad. Bad news. Oh, das sind echt viele Zombies, aber mit Zombies kennt sich Telltale Games ja aus. Ja, Telltale Games präsentiert in Zusammenarbeit mit Mojang. Minecraft-Story-Mode Oh, ja, okay, ich liebe diese interaktiven Intros. Ach, Ivor! Oh, scheiße! Episch! Wie geil ist das denn? Warum hat Ivor eigentlich keine Waffe? Ah, ich muss ausweichen. Läuft gut. Wow, und war klar. Noch ein paar Zombies zermetzeln. Komm her! Wow! Nein! Und weg mit dir! Oh nein, weg mit dir, Zombie! Ach, Mist! Oh, shit! Ah, festhalten. Und hoch. Oh, sehr schön. Ah, noch mehr von diesen blöden Zombies. Alter, was für eine Zombie-Epidemie hier. Oh, jetzt geht's ab. Oh, scheiße! Auch noch Skelette. Oh, verdammt! Ich hab' nicht mehr drauf geachtet, irgendwas zu drücken. Boah, was wir mittlerweile für badass sind. Alles klar, Treppen bauen. So, sehr schön. Wir haben's geschafft zum Haus. Und jetzt bin ich gespannt, was uns erwartet. Huch. Na, jetzt sind wir nicht gespannt. Oh mein Gott, noch mehr Zombies. Das sind nie ein NDE. Hier sind überall Zombies. Oh, da baden sie. Das mussten wir ja tun. Oh. Wer ist das denn? Was? Was hast du gesehen? Du hast einfach... gaspt. Wie, wie du etwas gesehen hast. Ich glaube, ich sah unseren Host. Er hatte ein weißes Pumpkin für eine Hände. Ein weißes Pumpkin? Kein solches als ein weißes Pumpkin. Lass uns die agri-kulturellen Diskussionen für in der Mitte, okay? Hochbauen. Bauen oder so. Da, seht ihr? Los geht's, Bäume. Ob das so in Ordnung ist, können wir nicht irgendwie anders rein? Naja, nicht so wirklich. Das ist irgendwie eine Spooky-Folge. Hm. Ähm. 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 Ja. Ähm. Das ist eine Frau! Ähm. Aber was sind sie, wovon? Ähm. Ähm. Loser Patrol? Archdok. Da, schreiber. Oh, komm komm, das war verrückt. Eigentlich sind wir die Order of the Stone. Legendary heros. Kind of a big deal. Legendary heros? Ich hab noch nie gehört von dir. Tork-Tork! Cooling! Der See of Zombies hat uns alle getrennt. Wir müssen nur versuchen unser Bestes zu gehen. Worst. Day. Ever. Just try and look on the bright side. Ich liebe so viel über die Art du wählst. Vielleicht können wir alle zusammenarbeiten, um durch die Zombies zu gehen? Power in Numbers und all das? Das ist das, was wir versuchen, herauszufinden. Wir können nicht alle zusammenarbeiten. Ich sage dir was. Im Moment. All diese weird Zombies sind weg. Tork-Tork ist weg von hier. Okay. Der See of Zombies ist nicht normal. Gut zu hören. 2 Moons ist normal, oder? Um, die Moons? Ja. Ja ja. Warum nicht du das weißt? Würdest du aus die Stadt oder so etwas... Wacha! 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 Was zur Hölle? Hey, Jesse. Jesse, komm hier. Oh, Blut! Wir müssen jetzt... Dann gucken wir mal. Die Pfeile. Das Inventar. Oh oh. Smells like... Yes. Potion of poison. Oh, is it a tipped arrow? Oh, I've heard of those. They're still pretty new. Oh, nasty stuff. Using potions to make arrows. The possibilities are fascinating. You ever seen them used like this before? In a trap like this? No way. I could have sworn I saw someone doing a tutorial on how to make those not too long ago. But my nerves are too shot to remember who right now. Well, let me know if it comes back to you. Okay. Können wir die anderen auch mitnehmen? Aber das ist eine Falltür. This whole thing is getting creepier by the minute. There's the trap door that sucked up twerk dog stuff. Looks like it's a match set with that arrow dispenser up there. But you saw his stuff. He didn't really have anything worth stealing. Perhaps it was simply to dispose of the evidence. Hello? Everything okay in here? Whoa! What's with the crowd? I, uh, I was just about to get everyone together to tell them at once. Okay. Hang on a minute. It's you. I recognize you. Woher? Excuse me? Uh, yes. What? Recognize us? How? I'll show you. Follow me. Hmm. Okay. the bottom了. Hey, that's true. Did you see all these new... Oh. You got them with you. Ugh. Okay. Well, first it was the portraits of the people already here, then Hui. You guys. Oh, that's unexpected. Yeah. No kidding. Oh ja, das ist unheimlich. Okay. Okay. Okay, was geht denn hier ab? Sehr, sehr interessant, liebe Leute. Aber leider sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Der erste Folge von Minecraft Story Mode, die Episode 6. Oh mein Gott, das erinnert mich gerade so an so viele Dinge auf einmal. An Hagatha Christie und diese mysteriösen Morde in einem Haus, wo wir herausfinden müssen, wer der Mörder ist. Einer von uns, der da drunter ist. Ich weiß es nicht, aber auch irgendwie an ganz. Wenn ihr den Anime kennt, geht es darum, ihr werdet alle, ja, also in ganz werden die Leute quasi in einem Raum versammelt, also sterben und dann die Seelen, wie auch immer, werden in einem Raum versammelt, wo sie Spiele spielen müssen, wo sie gegen Alien und sonstige Dinge kämpfen müssen, um Punkte zu sammeln und wieder unter die Lebenden zu kommen. Na gut, liebe Leute, was hier passiert und was auf uns wartet, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Hoffentlich morgen, vielleicht auch übermorgen. Ich muss mal gucken, wie ich die rausbringe. Danke fürs Einschalten, hinterlasst einen Kommentar. Wir sehen uns. Ciao. 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 Ciao.